Ich bin meine schlackernen Penis, ja, von mir aus. Jetzt schon. Hast du? Nee. Hast du wirklich den Geister geholt? Mit dem Strohhut oder mit dem normalen Cowboy-Hut? Echt jetzt? Ach, der mit der Sonnenbrille. Warte, da ist Sonnenbrille. Warte, ich muss mal reingucken. Ja, ich muss mich aber aufgucken. Sonst bin ich überzeugt. Ah ja, vorne ist so ein bisschen, ne? Sieht voll komisch aus, dass das nur so einäugiges Teil ist, ey. Welche, eine Kabanehülle oder was? Ja, ich muss mal reingucken. Ja, ich muss mal reingucken. Das geht, oder? Aber wenn ich habe keine 600 Gold ausgegeben, eher für die Sperry. Ja, ich muss mal reingucken. 600 Gold? Ja, ich bin drüber. So, komm. Odi, bleib dann einfach links bei dem Ritter am besten. Okay, da die Ads. Und benutzt keine Mountaintop, okay? Nee, das ist nicht so mein Ding. Und lass uns Postdamage machen, damit du mit rausgekickt wirst oder so. Ja, genau. Schau einfach zu, als würdest du gerade so Fußball spielen. Oh, schau. Ich könnte da eigentliche erinnern, als ich mich umgekehrt. Was war das? War ich dein Bruder eigentlich mittlerweile mal den Weg? So, wir werden. So, wir werden. Eins. Jetzt. Zwei. Zwei. Dann können wirPutten rein. Da kümmern ich mich noch, die kleinen Ads zu. Ich wurde fast runder,近ieu. heroic. Was sagt? Oh mein Gott! und du hast jetzt nicht oli bist du gelähmt und das so gesehen was er gemacht hat ich habe schon von anfang an gesagt guckt einfach nur zu dass du auf diese verarschen eingefallen bist oder ist schon das hätte direkt geklappt aber leider hat der gegner mich runter gedrückt aber ich konnte echt gerade nichts dagegen machen ja du bist du musst die exklinien ja und hier geht halt einfach super lang ich hab mal eine stunde hier gesetzt mit leuten die nicht immer das puzzle da verstanden haben gesagt ja die neuen zwei da die klären nur die ads ja ja deswegen aber halt wenn die gegner nicht von der platte drücken nicht viel pech kann man auch haben deswegen hat man eigentlich immer zwei klierer aber es geht ja jetzt einen von bei einem oder einen an der tue und einer auf der anderen doch hat jemand gerade die tue geöffnet ok ich bin bereit ich mach jetzt einfach mal keinen Müll naja ich hab die Nova Bombe gesehen ich hab die Nova Bombe gesehen das war meine auch meine ich bin bereit die ich bin bereit